Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 3. Wir sind immer noch hier im Grinden, in Ebene 30 mittlerweile. Ist hier irgendwo ein Gegner? Ja, ja. Du bist einer der Wichser, wo Eis schwammert, ne? A complete victory! Great job! Werte Cross, bräuchten die nochmal. So. Kishido Klingel, haben wir auch schon. Oh, wir sind jetzt Stufe 19. Das ist doch richtig geil. Also meinst du, das ist eigentlich immer noch bis an den Ende der Ebene zu kommen. Und danach werden wir erst wieder rausgehen. Ich glaube, wir sind gut gelabelt für diese Ebene. Oh ja, sehr gut. Immer her damit. War so wenig EP. Ja, okay, war nur ein Gegner. Ja. Ja, was kann ich dafür, wenn es nur ein Gegner ist? Das macht mich selber auch nicht glücklich. So, muss alle noch schnell dahin, bevor Jim Pai kommt. Die haben immer noch keine Angst vor uns, also die sind immer noch. Nein. Die kämpfen immer noch gerne gegen uns. Das sind nicht welche Warpounds. Aber sind wir anscheinend immer noch nicht so stark. Naja, wir sind aber schon stark, ey. Naja, wir sind aber schon stark, ey. Naja, wir sind aber schon stark, ey. Die auch direkt sterben. Das macht die glücklich, ja? Sehe den Smile da oben. Der macht die schon so glücklich. Das ist eine EP-Karte. Das macht die glücklicher. Oh, schön. 187 EP. Okay. Ihr wart... Eis. Boah. Eis. Schade. wie möchtest du sagen dass wir auf ich bin auch richtig geil ist das aber dunkelheit und nicht auch noch als elementar vor dir liegt ein schwerer weg alles klar bei dir wenn du erschöpft bist kannst du immer in einen tiefer in einer tiefere ebene gehen um dort zu üben ich weiß nicht welche persona was ist ok die sterben jetzt auch direkt das finde ich noch mal eine runde machen ja 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 Two enemies detected. One more. A complete victory. Great job. Two enemies detected. Two enemies detected. Orpheus! One more. A complete victory. Great job. One more. One more. One more. One more. One more. aber hier ist ein Blut. Oh, da ist auch mal ein Gegner gespawnt. 580 bis zum nächsten, das geht echt schnell, ne? Also mit der, mit den Karten. Boah, das ist sogar ein starker! Boah, okay, das ist geil, okay. Oh, warte mal. Oh, ich hatte schon mal. Das waren die Gegner, die ich hatte. Das waren leider nicht, was da die Schwäche war. Vielleicht? Weil die sind ja kalt. Ach, ne. Ne. Vielleicht soll ich mir den Narco-Fan-Kriffen angreifen. Jetzt machen wir hier einen Box-Kampf. Nein, Box-Kampf nicht. Wir machen keinen Box-Kampf. Oh, nein. Oh, da zerstören sie mich. Oh, gegen Licht und Elektrizität. Können wir Licht machen. Da war das doch Licht, ne? Ja. Ich hoffe mal, dass es Licht war. Das ist nämlich ein Insta-Kill. Ja. 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 noch mal machen ich sag ja diese schweren gegner sind die sind einfach die sind 1725 die erneut oder sein du kannst es bis zu zehn personen aufbewahren okay geil der lebt noch die anderen sterben aber der eine typ der muss der denkt sich so auch kaum weiß was ich überlebe den anderen das ist das denn ich will es ja nicht wissen dafür besiege ich mich mit dem größten disrespekt auf einem normalen angriff das ist doch nicht wahr was ist mit euch was ist eigentlich nicht damit nur doof angestellt und ich wollte unbedingt mit dem narker vergriff tötet aber dafür 200 dp what the fuck wenn ihr fast draufgebekommen mp auch nicht schon wieder hier ich bin zur falschen zeit reingekommen die überraschung finde ich gar nicht netz ace was soll das denn ich weiß es ist ja egal sie nur am Boden geht nicht mehr denn versichernd ist es ja egal sie nur am Boden geht nicht mehr Wir haben jetzt 2.000 Großangriff. Oh, jawoll. Hä, ist der vergiftet? Wann war da gerade so klein geleuchtet? Liegt nur an der... Achso, liegt nur an der Kamera, okay. Es nimmt einfach kein Ende, alles klar bei dir? Lass es langsam angehen. Wieso? Ich bin viel zu stark für die. Also zumindest jetzt gerade. Nein, nein, nein. Immer die. Ja, und dann... Der friegt mich. Das geht mir so auf. Ich wünschte, man hätte die Gun aus Persona 5, wo man einfach die einzeln einfach umbringen kann mit der Pistole. Das war... Immerhin, du hast ne Knarre. Jetzt stehen die alle wieder auf, die Dreckssäcke. Ey, ich will nicht wissen, was das ist. Hör auf! Das ist nicht gut. Das weiß ich, was das macht. Nein, hör auf! Das ist es. Ich bin schon panisch, Kumpel. Kann sich nicht noch panischer machen. Oder haut er jetzt aus dem Kampf ab? Ah. Das ist panisch, okay. Bei Persona 4 war es so, dass die dann aus dem Kampf fliehen. Nein! Oh, ich dachte, er flieht jetzt aus dem Kampf. Aber er hat sich nur erholt. Du hast das Potenzial, um noch stärker zu werden. Oh, wieso bist du dabei? Du warst doch weit weg! Oh, egal. Ich habe gerade kurz Angst, dass es der Falsche war. Also, das ist das falsche Gegner-Artist. Mit Angst habe ich immer. Wenn das nicht erscheint, dieser Pop-Up. Das ist ein starker Angriff. Haben wir ja schon die Treppe gefunden. Ne, haben wir noch nicht. Doch, der ist vergiftet. Der leuchtet die ganze Zeit so grün. Weil liegt es halt wirklich an der... Einfach nur irgendwie an der Kamera oder der Farbe. Hier ist die Treppe. So, viermal mehr als 16 Stufen. Okay, der Flitz ist wenigstens extrem stark bei uns. Feuer irgendwie nicht, weil Feuer überlebt man. Überlebt man. Aber hier... Gehen sie alle rein. Was hat auch 200 Schaden macht. Wow, another enemy defeated. One left. Keep up the good work. 236 EP. Anti-Gift. Auf meinen Gegner. Runter. Oh, ihr wollt ein bisschen Eis... Ihr wollt ein bisschen das Eis... Ich verkack meine eigenen Witze. Ihr wollt ein bisschen das Eis brechen. Ja. One more. A complete victory. Great job. 4 Enemies Detected Hier gehen sie direkt raus, hier ist das Feuer auch viel stärker Ich hab's gewusst Egal, was willst du denn damit, hier so geht das Boah, was ist ein guten Tag, Alter, wo kommst du denn her Ja, das ist gut, das ist gut, weil es ist nämlich wieder die Bastache, wo du das Feuer nicht sterben Können wir wenigstens einen All-Out-Attack machen Jetzt wollt ihr, jetzt sterbt ihr, oder was, jetzt wo zwei Leute da sind, wo wir so einen Grundpastangriff ausführen könnten Ja, das ist doch dumm, du willst mich verarschen Oder vielleicht einfach, weil wir stärker geworden sind, ich weiß es nicht Oh nein, das ist ne Cursed-Karte Nur Angriffspunkt Ja, das könnte richtig geil sein Also, hier ist es auch, hier ist ein Nahkampfangriff Ah, hier ist der Ja komm, dann gehen wir in die nächste Ebene Und wie denn, weil die eine ist immer noch da verloren da unten, du näherst dich der starken Präsenz Ach nee, die führt sie raus, wenn wir eine zurücklassen Ich schätze, sie ist drei Ebenen über dir Drei Ebenen, okay, die Ebene geht also doch noch ziemlich länger Also viel länger, als ich dachte Oh, ich hab die Treppe gefunden Oh, ich hab die Treppe gefunden Oh, ich hab die Treppe gefunden Oh, ich hab die Treppe drin Oh, das möchte ich jetzt noch so weitergehen Ich sag dein Ernst, oder Das kann nicht dein Ernst sein Nein, er überlebt es auch noch. Ne, ich mach den, wenn ich normal komme. Ich mach das so, zack. Jetzt machst du ein Critical, oder was? Jetzt muss man tot, ich könnte ausrasten. Ich komm nicht mal zu ihm hin. Er verschwindet einfach. Es war schon die Ebene. Jetzt ist da ein Gegner wieder gespawren. Ja, du hast die Treppe entdeckt, ich weiß. Ich hab sie auch schon davor entdeckt. Ey, ich war jetzt gerade so abgelenkt, weil der Typ die ganze Zeit gegen eine Wand gelaufen ist. Das hab ich gerade gar nicht drauf geachtet. Das war total doof jetzt. Oh man. Ja, jetzt bekomme ich auch fett Karma dafür, dass ich nicht aufgepasst habe. Er wird jetzt gegen eine Wand gelaufen, okay? Das musste ich mir halt anschauen. 4 enemies remain, stay conscious. 4 enemies! Yes, excellent attack. Another enemy defeating. 2 remain. Wow, another enemy defeating. 1 left. Everyone return to the leader. Du bist nah dran an der starken Präsenz. Geh vorsichtig vor. Da wo ich herkomme, gibt's keine Vorsicht. Ich bin nicht nur am Boden. Der wurde kommend vernichtet. Ist das das Level Up? Das ist das Level Up. Level 21. Viel Glück. Winter. Ach, das ist schon ein sehr sades Fallen. Ach, das ist mit Fallen gemeint, okay. Die haben quasi alle Angst. Ich dachte nicht, dass es Angst ist, aber anscheinend ist es anders. Was? Der ist auf Start. Wieso überlebt ihr das? Wieso überlebt ihr das? Wieso überlebt ihr das? Dankeschön für den Critical. Du hast das Potenzial, um noch stärker zu werden. Oh, sehr gut. Wir haben jetzt Dunkelheit, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, Dunkelheit. Ja. Und auch ein Insta-Kill wieder wieder aufs Überlicht. Ihr kennt langsam Persona, glaube ich, auch. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Das ist sicher, wenn wir das nicht tun. Ja. Der ist gut. 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 Du hast das Potenzial, um noch stärker zu werden. Das sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.